Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Shin Megami Tensei 4 Apokalypse Beim letzten Mal haben wir uns ja ein bisschen vorbereitet und jetzt werden wir natürlich mit unserem Team starten und sie sozusagen angreifen Mh, dann machen wir einfach mal ein bisschen Eis So, Eis hat ja gut funktioniert, also kannst du nochmal Eifs machen, schade Mh, will ich? Ne, 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 will nicht Für den ersten Bossfight will ich das nicht So, und zwar, den benutze ich ja nur einmal wahrscheinlich, deswegen brauche ich erstmal alles Also den benutze ich nur in dieser Gruppe hier, beim ersten Boss Hier, das meine ich halt, der macht halt so diesen komischen, diese ganzen Attacken Und das drückt halt ein bisschen So, deswegen greifen wir auch Deswegen wollte ich auf jeden Fall so einen Aoi-Healer haben Ähm, nee, mach mal nichts Und hier ein bisschen, ne So, dann machst du nochmal eine schöne Konzentration Ach, nee, Quatsch Konzentration, ich wollte einen Energy-Drain machen Können Sie mich aufhören? Sehr schön Das Ausweichen war wichtig Äh, ich wollte das hier machen Oh, sehr schön Durch die Konzentration wahrscheinlich So Ähm, Angriff So, wieder Media Alter, der 40 Mana ist einfach so viel Ja, aber Ja, aber Ja, ja, du musst killen So Eisangriff Können Sie danach noch ein bisschen hochhallen, sozusagen Schade, schade, schade Ähm, Next Auf jeden Fall Und dann einmal hochhallen Alter Der Tätschen kann mal da mehr Ah, der hätte vielleicht auch so einen Energy-Drain mit mir reinnehmen müssen Das wäre gut gewesen Das wäre echt gut gewesen Für sowas Das wäre echt gut Egal So, jetzt kriegen wir wahrscheinlich einen schönen Extra-Zug Ja Mh Du musst ihn so angreifen Weil wir den Zug so oder so verloren hätten Dann machst du einfach mal Next Du machst einen Schönen Energy-Drain Ja, sehr schön Und du greifst weiter an mit Eis So, das ist sehr schön So Wir greifen weiter mit Eis an Ne Das ist Das bringt er jetzt am meisten halt So Du könntest nichts machen Wir können mit ihm ja nicht mehr heilen Mh Können wir mal das versuchen Schade So, und dann Schmeißen wir einfach mal eine Chakra-Trop Nein Oh Gott, das halt ja so wenig Das halt ja fast gar nichts Oh, Megiddo Nicht so schlimm Denn wir haben ja Energy-Drain So Du kannst jetzt leider nichts mehr machen Außer dem fatalen Angriff Schade Ist ausgewichen Wie Sau Angriff Ja, vielleicht habe ich Na, wohl Schön Energy-Drain Totales Schwert Erreicht ziemlich viel aus Mit dem Zeug Okay Okay Und Power-Punch Bin noch nicht tot Ja, ist nicht so schlimm Halt ein Energy-Drain Machen wir mal next Ich greif's an Na, ist tot So Wen darf ich jetzt von meinem Team überhaupt nicht verlieren Den Black Frost eigentlich Medizin Medizin Einfach mal Na, das ist sehr schön Ist nicht so schlimm Ist nicht so schlimm Die beiden Ist nicht so schlimm Die beiden, dass die weg sind Ja Okay Nochmal next Nochmal ein Eis Nochmal ein Eisangriff Nochmal ein Eisangriff So Wie ein bisschen länger halten Und wir nochmal den Partner-Bonus haben Mit dem Angriff Schade Der Frost müsste eigentlich auch mal so ein bisschen mehr ausweichen Wie gesagt Ganz knorkel Komm, ein Eisangriff Schade Na, nee Ja, komm Die große Heilung raus Oder halbwegs große Heilung Ja, er hat es nämlich nicht überlebt So, jetzt holen wir nämlich ein paar Leute rein Ähm Der wäre für den zweiten Bossfight da So Der kann seinen Zug so oder so machen Demnächst Dann holen wir noch jemand rein Und zwar einfach mal dich, glaube ich So So Jetzt haben wir ihn wieder Ausweichen erhöht Haltung kriegen wir leider nicht Weil wir keinen Heilpartner dabei haben Also Haben Jetzt halt So In dem Fall Energy Drain Reicht immer noch nicht Mit dem Typen zu killen, ey Na, ist halt kein Magier So Wir machen einfach mal Moodoo Schade Ja, oder soll ich Nee, eigentlich nicht Eigentlich ehrlich gesagt Nicht Kann ich nicht Kann ich nicht Irgendwie Ich probiere es einfach so Versuche ihn sozusagen Ein bisschen am Leben zu halten Irgendwie eine Eine Anzeige hätte Oder so Wie viel Leben die noch haben Das wird geil Ach, wir machen Mal Kaka ran Okay Ähm Ich bin gerade jemand an Dann sind wir mit auf der Angreiferseite Mir doch egal Ja, komm Ich mache eine Heilung Ich gehe auf Nummer sicher So Machen wir einen schönen Eisangriff Der immer nur so viel aushält, ne Dann machen wir Einen Angriff Immer noch nicht tot Verteilung erhöht Sehr schön Alter Jetzt ist er Okay, jetzt ist er Wenigstens rot Das heißt, er ist fast tot Ist gut Ich werde versuchen Weiter hochzuhallen Ist mal Übelste Mahne Verschuldung gerade Aber er kriegt halt Wir kriegen halt so viel Schaden Derzeit ab Ähm Das ist einfach nur doof Ja, komm hier Ach, komm schon Die müssen jetzt Naja vernichten Boah Also Ist nicht dein Ernst Ey Das ist nicht dein Ernst Ey So Energy Drain Kein Mana mehr Der Typ Aber er müsste gleich Eigentlich vorbei sein Wir machen jetzt Kaputt Ach komm, warum Warum hält der so viel aus? Energy Drain, bitte Einläuft Einläuft Media Und dann Wir brauchen Wir brauchen ihn Auf jeden Fall Wir brauchen ihn So, ja Kannst du ruhig meine Steine benutzen Sehr schön Noch mal Energy Drain Powerpunch Sehr schön Ähm Earthcrack Äh, Angriff So, dann swappen wir den Mit da rein Angriff Bist du jetzt mal Weil tot Oder Jo Wahrscheinlich nicht So Komm weiter Energy Drain Letzter tot Okay Der erste ist weg Wir haben sauviel Mana verballert Leider 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 Ich glaube das hatten wir schon Aber ich lasse es mal laufen Aber ich lasse es mal Trotzdem laufen Leider Look at me I'm trying so hard So please Dammit After all I've done for you Thank me Praise me No I don't need Praise from others Just need to Hey Are you okay Stay back You'll end up like the samurai Let me handle it Okay Das hatten wir von jeden physisch nochmal Was ist passiert? Das muss sein der Tokugawa-Mandala. Wir müssen wiederholen Dämonen sein. Wie ein Rektor. Naja, jetzt kommt die... Bisschen, jetzt kommt der erste Boss. Genau, die... Ihr Macht gehört mir! Dämonen! 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 Inanna... Mä... Diese Macht ist das, was schärbt die Faerie. Ich kann nicht sie verlinkumieren. Du hast die Frau gehört! Möge deine Fähigkeiten! Und du hast sie wiederholt. Ende... Dämonen.